Allosaurus und Tyrannosaurus waren sehr große Dinosaurier-Fleischfresser. Diese Dinosaurier hier sind Fleischfresser und Fleischfresser essen keine Pflanzen, sie essen andere Dinosaurier. So, hier ist Deinonychus, Tyrannosaurus, Spinosaurus und Allosaurus. Allosaurus und Tyrannosaurus sind sehr ähnlich, aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Allosaurus hat große Hände, aber Tyrannosaurus hat kleine Hände. Allosaurus war ein wilder Dinosaurier. Er könnte sehr große Dinosaurier wie Diplodocus angeifen. Tyrannosaurus war auch sehr groß. Er könnte bis zu 12 Meter lang werden. Diese Dinosaurier-Fleischfressen gehörten zur Familie Theropaten. Hier ist ein Deinonychus. Deinonychus könnte bis zu 11 Meter lang werden. Deinonychus ist ähnlich wie Velociraptor. Spinosaurus war größer als Tyrannosaurus. Er könnte bis zu 14 Meter lang werden. Vielleicht könnte er schwimmen. Diese Dinosaurier-Fleischfresser haben ein Geheimnis. Schau mal! Ihre Fuße. Sie haben Vogelfüße. Sie sind ähnlich wie Vogel. Spinosaurus Spinosaurus Bis zum nächsten Mal.